Hallösschen Leute und willkommen zu Let's Play, Ted Auxilia in Let's Part, haben wir irgendein komisch, sind wir mit den Drachen geritten und sind hier in Charlyton Charly, Charlyton, Scharly, Charlyton, Schar, Charlyton, Charlyton Abgestürze mussten wegen einem komischen Vieh was wir voll aus dem Maul gegeben haben und jetzt reden wir mit jedem den wir finden und so Halt Stopp, ein Stopp Lass mich bitte so erweitern, wie ich will. He is nice to me. Bitteschön. Was ist da los? Ne, jetzt muss ich kurz in den Waffenshop gucken. Wow. Wilde Flamme. Komposflug. Moment mal, was war denn vorwilder? Gelochte Klinge. Ohne Klinge. Das war so weit. Warte, guck euch den Preis an! Die sieht geil aus. Kauerschneider. Die aber auch. Okay. Biene. Du wirst Fischi? Du wirst Fischi? Hier, schon zwei Fischis. Ähm, du wirst Blatt. Kraut habe ich auch. Da. Ähm, du wirst Insekten? Habe ich aber glaube ich nicht. Ne, ich habe... Wie viel bringt die eigentlich? 76 Punkte. Wow. Hier kannst du haben, den Fischi laden. Wow. Also. Elven. Was ist denn da los? Hm. Ah, da ist Elven. Wait a minute. Sound louder. Tschau. Tschau. What are you doing out here? Shouldn't you be recovering from your injury? Maybe I'm just plotting the best way to betray you again. Hm. At this point, I can't tell if you're joking. Ooh, ouch. That's a low blow. Drop the phony indignation. Tell me. What are your true intentions? We went over this already. I want to take care of my mother. And I believed you at first. Now, not so much. Why? You haven't severed all ties with Exodus. And yet you've never attempted to assassinate me like the other Exodus agents. Maybe the opportunity never presented itself. Maybe I'm plotting your head right now. That's it? You're not even going to get mad or anything? Being murdered would be unfortunate. I wouldn't be able to protect this world anymore. Unfortunate indeed. Then get out of my face, and you won't have to worry about me killing you. You truly are, Maxwell. Through and through. You're not going to take care of me. Shut up. Jude kann warten. Wir können wieder aufwerten gehen. Wir gehen weiter aufwerten. Aufwerten. Hier gehen wir einfach hier im Rüstensshop. Ähm. 1500 Points. Warum nicht? 200-3000 Erfahrungspunkte für den Shop. Mhm. Richtig nice. So, Jude. Wo bist du? Jude? 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 Where is she? Wo bist du? Ja, ja. Rede weiter. Komm, Jude. Du kannst nicht so schwer zu finden sein. Was ist da los, Jude? Jude hat sich versteckt. Einfach so. So. Die findet mich nie. Und dann, wenn er gepfändet wird. Oh, damn it. Da stand Elvin. He's gone now. Nee, ist immer noch da. Brauchst du noch was? Ah, ich verstehe. Bist du meinen Charm geerlegt? Yeah, seriously. Nee, hier ist er auch nicht. Da muss er irgendwo da sein. Irgendwo muss hier Jude sein. Der kann ja nicht einfach abgehauen sein. He can't run away. Steht bestimmt irgendwo hier. Ich kann mir das gut vorstellen. Ach, ich muss erst mit allen reden. Dann hörst du auf. Ich habe nie gedacht, dass wir hier wieder wieder enden sind. Es scheint, dass du schon seit Jahren verletzt hast. Hast du deine Mission herausgefunden? Was musst du tun? Ich... Ich will nur helfen dir. Ich verstehe. Aber das ist nicht alles. Ich will auch die Spirits. Du gehst zu so vielen lengths, um die Menschen zu schützen. Also ist es nur fair, dass ich so stark genug, um die Spirits zu schützen. Hm. Du wirst du sein, um unsere Protektor zu sein. Eine wahrheitliche Aussage. Vielleicht habe ich falsch gemacht, um die Menschen zu schützen. Hm? Ich habe nie gedacht, dass du einen von dir möchtest, um unsere Kind zu schützen. Ich habe hier, um seine Mission zu schützen. Willst du zurück in Nia Khera und leben wie du vorher warst? Wahrscheinlich. Aber mit Exodus, wird dein Leben immer noch in gefährlich sein? Hm. Also wahrscheinlich. Was du brauchst als Körper, jemanden für deine Rückseite. Du solltest du mit mir bleiben? Äh... Ist das möglich? Wenn das was du entscheidest, dann solltest du es tun. Ich brauche ein paar Geschichte, um dich zu meiner Seite zu halten. Wirklich? Danke. Es ist das wenigstens, was ich tun kann. Du bist der Grund, warum ich hier jetzt stand, vorbereitet für meine Mission. Ich bin derjenige, der sollte dich bedanken. Hä? Oh, nein. Du musst das nicht tun. Wir haben noch nicht in der echten Kampf gekommen. Hm. Gute Punkt. Oh, nur das Paar, was ich suche. Deine Wyverns haben völlig zurückgekehrt. Lass uns zurück in die Plaza. Okay. Ähm... Mann, nein, nein. Wo hast du eine Art? Hier. Ist das eine Art? Biest. Biest! Dann lernst du auch Biest. Dude, dann lernst du auch dieses Art. Zack, zack. Wir können ja eigentlich noch mal in die Fertigkeiten gehen, oder? Beweglich? Ja, hier. Zack, 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 zack. Aber Psycho brauchst du nicht. Du hast keine Geschicklichkeit eigentlich auch nicht. Äh... Kapira, komm. Pff. 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 Braucht kein Mensch. Braucht auch kein Mensch. Ja, Blitz auf ihr kann bleiben. So kann ich ja erstmal bleiben. Du brauchst keine Intelligenz. Du brauchst aber noch Stärke, so. Ähm... Du kannst eigentlich so bleiben. Ja, du kannst so bleiben, Jude. Auf zurück zum Plaza. Zum Platz. Los Mila, run. Tipptipptipptipptipptipptipptipptipp Was denkt jeder von Alvin? Würdest du sicher sein, mit ihm zu kämpfen? Er versucht seine Mutter zu helfen, nicht wahr? Ich bin für solche Sachen. Ich denke, dass er selbst nicht möglich ist, mit diesem Weg zu leben. Nicht vergessen, Alvin war derjenige mich von den Schmerzen. Was denkst du? Wir müssen uns um unsere Schmerzen um ihn, bis er seine Hand zeigt. Er bleibt, zumindest in der Kampf bleibt. Nein, nein, es ist nicht politisch, zu sprechen über jemanden hinter ihm. Ich bin nicht egal. Was kann ich sagen? Sie sind meine einzige Schmerzen. Ich bin egal. Das macht alle. Wir lassen uns weg. Please, warte! Rowan, wirst du wirklich mit deinem alten Freund zu kämpfen? Es ist meine Schmerzen, dass Noctigall den Mann ist. Ich bin bereit, ihn zu kämpfen, wenn die Zeit kommt. Sie haben unsere Unterstützung. Keine Angst. Ich bin gerade hinter dir. Ich habe deine Brücke, auch. Danke. Danke, alle. Keine Angst. Ich bekomme deine Schmerzen, wenn du sie verbrechen hast, Grandpa. Letzte Vorbereitungen. Letzte Vorbereitungen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Danke, für alles. Bitte zurück nach Hause, wohl auch. Für mein Vater, auch. Du hast meine Worte, junge Frau. Dann gehen wir los. Ich glaube, wir müssen nur diesen Weg folgen, um Fenmont zu erreichen. Ja, gehen wir los. Und... Ach, come on, das war so schon knapp. Und hier. Bäm! Wister Sword. Hoi! Schlö, schlö. Und... Stirb mit Ü. Naja, so viel Erfahrung kriege ich ja nicht mehr. Hm, hm. Das dauert schon was länger. Ich wollte es prüfen. Ja, ja, ist ja okay. Hier, bitteschön. Jetzt hör auf rumzuheulen. Hahaha. Fliegen war so viel Spaß. Die Wyverns waren nicht so schrecklich, wie ich dachte, sie wären. Ich bin nur glücklich, dass sie dich nicht essen konnten. Oh, zu schlecht, dass sie nicht Alvin, der Traitor. Oh, habe ich vergessen, dass Wyverns nur Kinder essen? Aber sie essen nicht ihre Fleisch. Sie schreien auf ihre Säulen. So gently, dass die Kinder gar nicht merken. Während du, dass sie sohre durch die Skye, die der Beste der Säulen könnte, dann könnte sie zerbrechen. Das ist eine LIE! Das ist total NONSENSE! Ja! Ich war richtig, dass sie Angst haben! Hä? Sie machen es zu einfach. Hä? Hä? Ja! Und die Walken beginnt. Ich bin sicher, dass Sie sehen, warum es nicht praktisch wäre, die Wyverns in die Fenmont zu fahren. Sie würden sofort herausfinden! Ja! Ja! Es gäbe nichts zu vermeiden, und die Säulen würden sie zerbrechen. Ja. Ich glaube, das macht Sinn. Aber ist es wirklich okay, die Wyverns alleine so wie das? Sie sollten nicht etwas von den Monstern Angst haben. Weil die Monstern ihre Freunde sind? Oh nein, nein. Die Wyverns können sich dasselig sein, aber sie können ziemlich schwer sein, wenn sie zu sein müssen. Die Monstern sind nicht ihre Freunde. Die Monstern sind ihre Essen. Wirklich? Oh! Ich war richtig, dass sie Angst haben! Stopp! Was? Was ist das für ein Monster-Typo? Präventive Angriff! Stopp! Hier! 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 Flaveteer! Bam! Tschüss! Twister Sword! Bam! Oh yeah! Yeah! I'm just getting stronger! So, Laia muss man wieder aufgewertet werden. Ähm. Wurst du nicht? Art, 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 Art. Hier, ne? Würdner Sprung. Wie die alle ihre Arzt jetzt momentan bei der Stärke haben. Voll lustig und so. Swit, swit. Swit, swit. So. Halt. Wo geht's lang? Fort Bender, West Tor. Es gibt mehrere Wege. Huh. Huh? Was ist da los? Was da los ist? Hier, mein Schwert. Oh, Licht. Oh, Licht. Licht Thresher. Ja. Licht Thresher Mark! Aerial Fire! Ja. Du kannst nicht... Oh mein Gott! Äh. Out of fire! Und hier. Bam! This is the power of Max's well. Oh yeah. We're looking on the level of. So. Ähm. Ah, 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 was lernst du? Gewitter Schuss. Ja, ich lerne immer lieber erst die Arzt. Swit, swit, swit. So. Was für ein Straß? Geh ich überhaupt richtig? Ich schätze mal. Und ich hoffe mal. Hoi, was geht? Was ist denn mit dir kaputt? Zack! Au! Was ist da los? Shit! Was? Fireball! Ihr seid so nass schön aneinander. Bam! Nimm das hier. Du bist der Nächste. Und jetzt kommst du dran. Ha! Zack! Und ein Ende. Wuhu! Schöne EP. Oh, die weben so viel Geld. Ich werde auf jeden Fall kämpfen. Was stehst? Was stehst? Ein Tree. Attack! Ich finde das Fantasy auf jeden Fall geil. Komm, komm, komm! Wir waren so schön aneinander. Mann! Bam! Nochmal! 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 Von wegen, du heilst dich da hinten. Nein! Ich wollte das eigentlich verhindern, aber ich konnte es nicht rechtzeitig verhindern. Schade. Was will man tun? Passiert. Die geben echt Geld. Die geben Geld. Die geben Geld! Die geben Geld! Die geben Geld Geld. Ja! Danke, Jude! Vergiss es! Bam! Du bist der Nächste. Dein Wörter! Dein Wörter! Hey, du! Schau vor euch! Oh! Jude und seine Grill! Duh-duh! Oh, komm, Roven! Du bist fast am Level ab! Aber auch nur fast! Oh, was steht's! Ja, irgendeine Kralle! Irgendeine Kralle... Pilzpulver! Attack! Von behind! Da-da-da! Hier! Oh! Burn a tornado, ey! Geil! Boom! Oh my gosh! Da ist jemand in Level ab, und zwar Roven! Ja, aber ich habe irgendeinen Monster gesehen. Mir aber egal! Roven muss erhöht werden! Ich habe ein paar mehr Punkte bei dir vergessen anscheinend. Ich habe dich eine ganze Zeit nicht gelevelt! Was ist da los? Ich habe echt Roven vergessen! Hehe! Großen Art hier, ne? Du hast das Art... Strahlen des Leuten! Ja, kannst du auch lernen! Ist gar kein Problem! Düp! 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 So. Ach du hast dich gesehen! Müsstet ihr eigentlich im Part werden, aber... Wir wollen noch Gegner auf die Schnauze haben! Aua! Hier! Bam! komm her ich wollte ein Schleichning auch klein aber auch Fireball ist auch okay ja legitim ganz schön legitim großes Horn ah ich wollte den Part lenden ja was da los aber wer wo ist dein Art wo ist dein Art stimmt du warst hier oben mit dem Art du kannst direkt hier auf der Wegschwerd bleiben da vergesse ich echt manche das darf doch nicht wahr sein so Leute aber ich würde sagen hiermit beende ich jetzt den Part also dann bis zum nächsten Mal tschüss